Ja, also ich muss sagen, mir gefällt's. Ich klatsch mal. Gefällt's Ihnen auch? Entscheide schon. Dankeschön. Das Triebwerk steht in dieser wunderbaren Rolls-Royce Merlin mit 1.280 PS und die Kabinenhaube geöffnet ist. Dann kann der Peter-Teich mir natürlich auch hören. Aber genießen wir noch ein bisschen die Vorführung dieser wunderbaren Hawker-Hurrican. Der Peter-Teich mir natürlich auch hören. Und eine P-51 Musta in seiner kollektischen, in seiner Verhandlung. Jetzt sind wir schon wieder zum zweiten Kleidflug im Slip über den ganzen Natssee. Hawker-Hurrican. Jetzt nochmal in einer sogenannten Kampfkurve zurück zum Platz. Jetzt von Nordwesten her nochmal Peter-Teich-Mann, Hawker-Hurrican. Zwischen drin noch eine kurze Information. Für den 12 Uhr Rückflug in der Ju 52 hat's noch ein paar wenige Plätze frei. Also für kurzentschlossene, wenn der Geld für Beutel ein wenig gefüllt ist, 12 Uhr Rückflug haben wir in der Ju 52 noch einige Plätze frei. Für dieses wunderbare Display der Hawker-Hurrican. Vielen Dank. Vielen Dank.